Hallo liebe Freunde, es ist soweit. Ein neues Abenteuer beginnt. Zusammen mit GGM Gastro erkunden wir Orte des schnellen Genusses und der tief verwurzelten Kochkultur. In jeder der fünf Episoden geht es nicht nur um außergewöhnliche Kochkunst, sondern wir tauchen auch ein in die echten Geschichten hinter den Kulissen. Sehr gehaltvoll, sehr gesund und das ist der Geruch der Heimat. Ich und GGM Gastro wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Entdecken, Schmecken und Staunen. Nicht verpassen, die kulinarische Reise mit dem Rose jetzt hier.